Es hieß Haudeken, also habe ich mein Schwert mitgebracht. Oh, hi. Triff den Helden! Heute erzähle ich euch was über die Goonies. Eine Bande von Kindern, die von ihren Eltern abhauen, um ein Abenteuer zu erleben. Sollten lieber dankbar sein, dass sie Eltern haben. Egal, jedenfalls suchen sie so einen Piratenschatz, um ihr Viertel zu retten. Hätten sie besser mich gefragt, ich bin Bazillionär oder so. Auf dem Weg treffen sie auf diesen Typen hier. Leute! Sloth entstammt einer Verbrecherfamilie. Und ihr wisst ja, was ich von Verbrechern halte. Aber Sloth steht auf der Seite der Gerechtigkeit. Und er liebt Schokoriegel. Komm schon, Bro. Lust auf ein paar neue Klamotten. Die Goonies schaffen es schließlich zu dieser riesigen Höhle. Ich kenne mich mit Höhlen aus. Die hier ist okay. Ganz grundsolide. Naja, es gibt bessere. Sie hat weder einen Hightech-Supercomputer, noch Kampftraining oder ein Forensiklabor. Aber dafür Musik. Da ist das Piratenschiff. Pirat? Piratenschiff. Klingt abgefahren. Hey, Leute!